Delta Mike, Mike, Golf X, Abflug bereit, Piste 1.0, wir rollen auf und starten. Delta Golf X, der Wind um Süd, 4 Knoten. Dann holen wir mal rein. Like a diamond from gold. Maybe you are, maybe you are, something I cannot define. Optical ahead, hold up. Maybe you are, the fallen coin. It's a bit like a bike ride, right? It's still a number cooler. Yes, right? Yes, of course. Did you have this in the room? Yes, trust me. I can't believe it. I can't believe it. Guck mal, ob rechts irgendwo ein Flieger ist. Digga, dieses Flieger. Yeah, der Flieger ist da. Der Flieger ist da. Der Flieger ist da. Das ist einfach geil, dass man dann so auf dem Boden schon fast kommt. Da ist Schloss am Kicken. Siehst du es? Jo. Ah. Geil von dir oben. Ja, das ist wirklich geil, ne? Mit dem Ding kannst du so geil Kuchen drehen, ne? Das macht so viel Bock, ne? Ja, das ist auch das, was einfach am meisten Spaß macht. Dieses Gefühl baut. Ja, genau. Genau. Ich muss ja auffassen, dass es nicht durcheinander kommt. Marta, Marta, Günster. Bin ich komischerweise noch nie. Noch nie. Ähm, das ist, weiß ich auch nicht. Das ist, ja, keine Ahnung, ein bisschen anders gepult. Guck mal, geradeaus. Der Flieger fährt uns von rechts nach links. Auf gleicher Höhe. Ah, ja. Oh, ganz schön klein auch. Ja.